Yo Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. In diesem Video geht es um EFIN. EFIN ist ein Play-to-Earn-Metaverse auf der Polygon-Blockchain. Momentan kommt ja so jede eigene Blockchain mit einem Metaverse oder Play-to-Earn-Metaverse auf den Markt. Könnte man quasi sagen, ihr kennt das Sandbox-Game, das läuft ja quasi auf der Ethereum-Chain. Solis auf Solana, auf SOL habe ich auch schon kurz vorgestellt in einem News-Clip. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst Pavia kurz vorgestellt, läuft auf der Cardano-Blockchain ein eigenes Metaverse. Alles in meinem Channel. Checkt die Clips, wenn ihr heute zum ersten Mal dabei seid. Und jetzt geht es eben um EFIN. Momentan läuft der ICO auch. Dazu gleich mehr. Hier, ihr seht die Contract-Adresse. Ich bin auf CoinMarketCap und das Ganze läuft auf der Polygon-Blockchain, wie gesagt. Und das Besondere an EFIN. Also ich habe den Check jetzt gemacht, weil das wollten ja einige von euch. Also einige von euch haben mich auf EFIN angesprochen, auch in den Kommentaren. Deshalb mache ich jetzt für euch die kurze EFIN-Analyse. Also unbedingt dranbleiben. Wir gehen das White Paper gleich auch kurz durch und checken jetzt erst mal die Website. Und an dieser Stelle, Leute, ich freue mich auch immer über einen Like, weil ich mache das Ganze hier für euch. Also wie gesagt hier, Virtual and Real World sollen hier convergen. Also es soll so eine Vereinigung stattfinden. Das ist das Besondere an diesem Metaverse. Die wollen wirklich die reale Welt mit der virtuellen Welt verbinden. Also dass man aus der virtuellen Welt heraus Benefits für die reale Welt bekommt. Das ist das Besondere an EFIN. Und wir checken die Website, die ist übrigens nice gemacht. Hier so ein One-Pager. Ich scroll down und wir sehen, klar, play to earn, that's free to play. Also ganz besonders, man kann umsonst scheinbar teilnehmen. Also ihr wisst, das ist in ganz vielen Games so. Manchmal kann man dann einfach noch mehr verdienen, wenn man eben auch dazu investiert. Es soll das Besondere auch, es soll durch die Verknüpfung mit der realen Welt eine, ja, sustainable, also eine stabile, eine längerfristig bestehen bleibende Game Economy geschaffen werden. Das Ganze soll Mobile Geolocation Based sein. Real World Token Utility, das ist eben die Verbindung mit der realen Welt. Dazu auch gleich mehr dann im White Paper. Hier nochmal kurz das Overview, also die Übersicht für EFIN, Nexus, so nennt sich das ganze Metaverse hier. Also so ist diese Bezeichnung, die Nexus World. Die NFTs darin sind die Buddies. Es lässt sich auch Nexus Land kaufen, so wie in jedem anderen Metaverse, auch auf jeder anderen Blockchain. Das wird natürlich hier mit dem EFIN, mit dem FinCoin, also hier FYN stattfinden. Also damit lässt sich das Land nur kaufen, keine andere Möglichkeit. Das habe ich schon gecheckt. Und es gibt natürlich dann Gebäude auf der Chain, also Structures, Kampagnen und den Real World Utility Token. Den lesen wir jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal. Der scheint wirklich eine ganz große Rolle zu spielen im EFIN Metaverse. Und das Ganze läuft natürlich jetzt in 2022. Die Buddies haben wir gerade schon gesehen. Das sind NFTs. Klar, man kann die dann spielen und verbessern und dann an verschiedenen Dingen teilnehmen. Quests, Raids, Player vs. Player, User Created Activities. Dazu auch gleich noch mehr. Und natürlich sind die Länder, ich glaube, ich sage zu oft, natürlich fällt mir gerade auf. Aber es ist auch nur nebenbei. Also die Länder sind auch NFTs, Nexus Land, auch Purchaseable, also kaufbar mit den FYN Token, habe ich gerade eben schon gesagt. Die Buddies genauso. Und der Token Sale Plan, wir befinden uns schon hier. Wir befinden uns kurz vor dem IDO, vor dem ICO. Hier seht ihr das Ganze ja auch auf CoinMarketCap. Der findet statt am 28. Januar bis 29. Januar, also in sieben Tagen. Das heißt, mein Video kommt auch noch frühzeitig, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Ich nehme nicht daran teil. Ich habe jetzt auch noch gar nicht weiter gecheckt, in wie weit man da noch reingehen muss, um teilzunehmen. Ich weiß nur, es läuft auch über ein Launchpad. Da könnt ihr aber selber noch checken, wenn ihr investieren wollt. Ich möchte euch jetzt einfach das Projekt kurz vorstellen, damit ihr wisst, was hier geht. Und wie gesagt, diese Phasen, Initial, Seed, Private, Strategic, Pre-Sale, alles schon gelaufen. Launchpad-Sale auch, meine ich zumindest. Und jetzt sind wir kurz vorm IDO. Also schon in einer, sage ich mal, Token-Sale-Phase weit fortgeschritten. Aber das Projekt ist noch ganz am Anfang. Wir sind ganz früh dran hier mit F hin. Das Team hier, alles verlinkt. Die geben auch kurze Statements ab. Könnt ihr euch auch anschauen. Ich verlinke euch alles unten in der Beschreibung. Die Menschen, die hier dahinter stehen, sagen kurz was, haben LinkedIn-Profile. Das ist alles gut. Kann man sich anschauen, wenn man einen Deep Dive machen möchte, wenn man vielleicht da doch richtig investieren möchte. Sollte man das natürlich auch machen. Hier sind die ganzen Investoren und Partner auch verlinkt. Das finde ich auch immer wichtig, dass die auch verlinkt sind. Und nicht nur die Logos einfach so da, weil dann besteht oft tatsächlich auch eine Verbindung. Bevor wir zum Pitch-Deck und White Paper kommen, aber nochmal ganz kurz hier. Die Pre-Sale-Phase ist sold out. Das ist die offizielle Info auch aus dem Discord. So viele Holder gibt es, also 5.750. Ihr seht auch, wie lange das Ganze gedauert hat und wie viele Millionen US-Dollar hier zusammengekommen sind. Und jetzt der Public-Launch, wie gesagt, am 29. Januar. Das heißt, da kann man wirklich, ja, da kann Public, da kann jeder einkaufen. Also das ist die offizielle Information. 29. Januar. So sieht es aus, direkt aus dem Discord. Und im Pitch-Deck ist es auch so, dass sich die ganzen Informationen eigentlich von der Website wiederholen. Genauso im White Paper. Deshalb machen wir einen Schnelldurchlauf. Wir wissen jetzt, dass es Play-to-Earn-Geolocation, Real-World-Utility-Token soll kommen. Es soll stabil sein, Free-to-Play und Play-to-Earn. Das sind die ganzen Faktoren. Hier wird auch nochmal so das Problem dargestellt, einfach, dass viele Play-to-Earn-Games einfach keine stabile Ökonomie haben, dass die, ja, mittelfristig alle einbrechen. Und dieses Game hier versucht es eben zu lösen durch die Verknüpfung mit dem Real-World-Lifestyle. Und das soll eine Closed-Loop-Economy sein. Dann möchte ich auch das White Paper noch mit euch kurz durchgehen. Das ist momentan in der Version 1.9.1 draußen. Ist im November 2021 released worden. Und es ist sehr, sehr komplex. Also es sind hier schon über zwei, ich glaube über 70 Seiten. Genau, über 70 Seiten, wenn wir hier das Ganze überfliegen. Wie gesagt, das Besondere, dass es im Polygon-Netzwerk läuft, auf der Polygon-Blockchain. Und wir schauen uns kurz ein paar relevante Punkte an. Also hier wird nochmal viel zusammengefasst, alles, was wir bis jetzt auch schon so gehört haben. Ich verlinke euch das natürlich auch unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch das auch nochmal in Ruhe durchlesen. Ihr seht sehr, sehr viel Text. Es wird auf sehr viele Feinheiten eingegangen. Und wo ich jetzt kurz hier nochmal stehen bleiben möchte, ist dieser Punkt hier, den ich gefunden habe. Weil die sagen ja auch, das Problem ist von vielen Play-to-Earn-Games, dass es einfach keine, ja, stabile Economy gibt. Also kein, kein, wie soll ich sagen, kein stabiles Wirtschaftssystem. Weil es läuft fast in allen Games so, dass die Leute, die früh eingestiegen sind, die am Anfang am Start waren, die auch günstig eingekauft haben, die machen irgendwann ganz viel Cash, weil eine ganze Masse von Nutzern einfach auch dazukommt. Also von neuen Gamern, von neuen Spielern. Und dadurch schießen dann die Kurse nach oben. Das könnt ihr ja an ganz vielen Projekten sehen. Und es gibt immer Leute, die sind zu ganz günstigen Kursen eingestiegen. Die extrahieren dann irgendwann Geld. Also hier auch, ihr seht, Money leaving the ecosystem. Es kommt nämlich der Outflow. People sell when they don't spend and utilize. Also generell in den ganzen Games. So, die ziehen sich ihr Geld raus und der Price, der droppt. Und dann wird es irgendwann uninteressant für andere. Und die wollen dieses Problem lösen, indem sie hier sagen, die Entwickler von Affin, wir connecten unsere Cryptocurrency-World, also unser Nexus-Metaverse, unsere Affin-World quasi mit der realen Welt, mit der realen Welt. Und es soll dann einfach durch die Tokens von Affin, also durch diesen FYN oder Fin-Token-Coin, soll dann sichergestellt werden, dass es quasi mit in der realen Welt einen Nutzen hat. Da soll, ihr sollt wirklich Benefits haben, davon, dass ihr nicht sellt. Also, dass ihr einfach hier weiter aktiv bleibt und die Coins holdet. Ich vergleiche das so ein bisschen mit, ihr kennt alle den Board Aid Yacht Club. Dass man dann durch den Besitz dieses NFTs quasi Zugang hat zu einem, ja, ganz besonderen Club. Dass man da auch seine Benefits dann von hat. Da ist nicht jeder mit dabei. Es gibt nur 10.000 von den Board Ape Yacht Club Affen und dann diese ganze Mutantengeschichte noch. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Also hier um Affin geht es ja. Und wie gesagt, die wollen es einfach mit Real World Benefit verknüpfen. Jetzt, was fällt mir dazu ein? Zum Beispiel, ihr habt hier ein besonderes Affin, NFT oder bestimmte Tokens. Und dann könnt ihr vielleicht in der realen Welt irgendwo damit das als freien Eintritt benutzen. Zum Beispiel für ein Konzert. Oder es sind andere Rechte für ein Fußballspiel, ein Sportstadion. Keine Ahnung, mit der Geolocation alles verknüpft. Und dann könnt ihr da umsonst rein, weil ihr eben bestimmte Dinge momentan in dem Game, ja, gemacht habt. Und das überträgt sich dann als Benefit auf die Real World. Und so wollen die eben diese Verbindung einfach herstellen. Also das ist ein besonderer Punkt, der mir hier einfach aufgefallen ist. Könnt ihr euch auch alles durchlesen. Durchlesen, das White Paper ist in englischer Sprache. Und ich gehe noch auf einen weiteren Punkt ein, nämlich kein Staking. Das ist total krass. Also die werden eine No-Staking-Policy haben. Ihr kennt es ja, normalerweise haben alle Projekte einen Staking-Mechanismus integriert. Und dann klar, das ist diese Verzinsung auf eure Kryptowährung. Ihr legt eure Kryptowährung irgendwo an. Das nennt sich Staking. Und darauf bekommt ihr dann Zinsen. Auch in dieser Kryptowährung ausbezahlt. Zu einem individuellen Zinssatz, je nach Börse, wo ihr gerade aktiv seid. Also Handelsplattformen oder Staking-Anbieter. Da gibt es so viele verschiedene. Und jetzt schauen wir uns das mal kurz an. Die schreiben hier, Staking is commonly implemented for cryptocurrencies as part of the consensus mechanism requirements. Validators will lock up, ja, bla bla bla. Staking, ich gehe es kurz mit euch durch. However, since. Die schreiben hier, Fin-Tokens are only utility tokens. Staking is not mandatory. Also Staking ist nicht zwingend. Das sind Utility-Tokens. Also die sollen Nutzen bringen. Die sollen nicht Spekulation sein und Kaufs- und Verkaufsgegenstand, sondern die sollen eher einfach ein Utility-Token sein. Man soll kaufen und dann damit irgendwas machen. Und sei es nur behalten und im realen Leben dann irgendwelche Benefits davon tragen. Und EFIN believes that a No-Staking-Policy will help protect. Also die selber von EFIN glauben, eine No-Staking-Policy, also dass niemand staken darf, soll diesem ganzen Projekt helfen. Without the increase of Fin-Token, Outflow from Staking, this supports a sustainable game economy. Weil ihr wisst ja, klar, es gibt dann Leute, die machen am Anfang ganz viele Coins, dann staken die zum Zinssatz von, weiß ich nicht, 260 Prozent im Jahr. Und die Leute, die lassen dann irgendwann so viele Coins aus dem System rausfließen, dass eben dieser Zusammenbruch von dieser Game Economy kommt. Und die möchten auch durch einen No-Staking-Mechanismus diesen Zusammenbruch der Game-Ökonomie verhindern. Also das ist eigentlich echt ein sehr interessanter Ansatz, ein sehr fortschrittlicher Ansatz. Ich muss auch sagen, ich finde es sehr durchdacht, was die Leute da von EFIN vorhaben. Und das ist wirklich krass. Also ich bin gespannt, was, also wie sich dieses Projekt dann entwickelt. Das Krasse ist natürlich auch, dass es so viele Metaverse-Projekte gibt. Ihr seht, dass die ganzen neuen Metaverses kommen, dann die ganzen etablierten Unternehmen wollen ins Metaverse vordringen. So wie Facebook, Umbenennung zu Meta, Microsoft kauft Activision Blizzard. Das sind alles Moves in Richtung Metaverse. Und es ist einfach so, dass später nicht alle dieser Projekte überlebt haben werden. Das ist jetzt so eine Phase, die wird sich ein paar Jahre lang hinziehen, vielleicht sogar Jahrzehnte, wer weiß, des Kampfes. Und da werden natürlich viele Projekte, die jetzt aufpoppen werden, auch untergehen. Aber ich hoffe für mich, dass es die kleineren Projekte sind, die dann groß werden und nicht, dass die Player, die sowieso jetzt schon das Web beherrschen, dass die dann einfach, die schon das Web 2, sage ich mal, groß gemacht haben, dass die dann jetzt einfach durch viel Kapital im Web 3 auch die Taktgeber sind. Also mir wird es gefallen, wenn neue Player einfach mit reinkommen und wenn vor allem wir als Gamer, als Nutzer, als Investoren, wenn wir auch teilhaben können von diesem großen Run und wenn wir auch einfach ja irgendwie daran beteiligt werden. Also das wäre für mich einfach richtig nice. Deswegen finde ich diese ganzen offenen Ökonomien ohne große Hürden, wo wir alle mit einsteigen können, die finde ich so interessant. Deshalb, ja, Play to Earn, NFT Crypto Games. Leute, vergesst nicht zu abonnieren und zu liken an dieser Stelle. Einmal auf Like, ich würde mich wirklich freuen. Und hier auch nochmal ein Satz dazu. Hier heißt es ja Cryptocurrencies Inability to Achieve Mainstream Adoption. Also die sagen auch, es ist noch schwer, dass die Kryptowährungen überhaupt in den Massenmarkt, also in den Mainstream gelangen. Und deshalb, wenn man das Ganze mit den Real World Assets, also die Virtual World mit der echten Welt verbindet, sodass man, wenn man in der Virtual World aktiv ist und irgendwas dort hat und besitzt und macht, dass man dann Benefits in der realen Welt bekommt. Das, was ich vorher erläutert habe, dass das eben hier diesem ganzen Ding hilft, auch die Cryptocurrencies, die Kryptowährungen in den Mainstream zu pushen. Hier die Closed Loop Economy nochmal visualisiert, also dieses integrierte Ökosystem in der virtuellen Welt. Was gibt es da alles? Es gibt Land, also das Nexus Land, das man kaufen kann hier. Es gibt Augmented Reality Activities, also Augmented Reality kennt ihr. Es ist sowas wie Pokémon Go und andere Anwendungen, Genopads, was jetzt kommt aus dem Kryptobereich. Dazu habe ich übrigens auch einen interessanten Clip im Channel, habe ich schon im Oktober gedroppt. Dann kommen hier NFT Marketplaces oder ein Marketplace eben für diese Nexus Virtual World. Da können dann die ganzen digitalen Assets, also die digitalen Gegenstände auf der Blockchain gehandelt werden. Es gibt User Created Activities, also was auch immer die Nutzer sich da ausdenken und welche Tools dann zur Verfügung stehen. Damit kann man dann eigene Dinge starten. Es gibt einen Nexus Shop. Es wird dann scheinbar nochmal eine Unterscheidung geben zwischen NFT Marketplace und Nexus Shop. Wahrscheinlich ist Nexus Shop von Metaverse selbst NFT Marketplace für Nutzer, die dort NFTs handeln können. Zum Beispiel ganz einfach, man kauft ein Land und kann es später hier wieder verkaufen. Vielleicht kauft man auf dem Land oder baut da noch etwas drauf und dann kann man das eben wertgesteigert hier verkaufen. Und dann wie gesagt, also Virtual Events soll es geben und das Ganze seht ihr dann nochmal in Verbindung. Also diese beiden Layer, die dann übereinander liegen, also soll dann liegen, da soll eine Verschmelzung einfach kommen. Essen gehen, Shoppen, Entertainment, Travel, Events, Activities. Und ja, wir lassen uns dann echt überraschen, was da so geplant ist. Aber wir schauen mal, vielleicht finden wir ja auch im White Paper noch weitere Informationen heraus. So, dann schauen wir mal. Also hier wird nochmal ganz groß der Punkt hervorgehoben, den ich jetzt auch gerade eben so im Kleingedruckten erwähnt habe. Einfach, dass diese ganze, ja diese Verbindung, der digitale Layer gemappt auf die echte Welt, dass das hier dann, ja, eine besondere Erfahrung ist mit Play2earn und das Nexus Land, davon habe ich euch erzählt. Der Land Sale wird kommen, es gibt einen, ja, NFT Marketplace, eigentlich alles, was wir gerade gesehen haben. Hier, der Nexus Shop. Users may purchase items to enhance their advantages such as increasing item drop rates, their earning ability for fin or loyalty points. Also klar, das ist dann so eine Art Investment, was man machen kann, um mehr zu erreichen in dem Game oder in diesem Metaverse. Users may create and monetize their own genre of games, events and activities in Nexus. Also eigentlich auch eher so wie in Sandbox. Ihr kennt es in Sandbox. Ich mache übrigens jetzt noch einen Clip zu Sandbox. Checkt meinen Channel, in den nächsten Tagen kommt ein Clip zu Sandbox. Und diese, ja, man kann ja eigene Games kreieren, eigene Welten in der Sandbox. Und hier auch, also auch ein eigenes, eigenes Metaverse mit Nutzer generierten Games, wo man dann teilnehmen kann und auch Virtual Events. Also es wird ganz, ganz viel einfach gehen. Und das Nexus Land, ja, tradable, klar, auf dem NFT Marketplace. Man kann es kaufen, verkaufen. Da gibt es noch viele Details dazu. Wie gesagt, alles unten verlinkt. Checkt, checkt das auf jeden Fall. Dann kriegt ihr da auch nochmal einen tieferen Einblick. Weil ihr seht ja, wie weit ich hier runter scrolle und es kommt noch. Wir sind erst bei Seite 33. Es geht bis Seite 70. Und ich versuche aber auch, das Video ja jetzt nicht unbedingt in die Länge zu ziehen. Ich gehe nur auf die wichtigen Punkte ein. Hier der nächste weitere interessante Punkt im White Paper, was man im Nexus, also im Metaverse, alles machen kann. Also zum Beispiel den Ultimate Raid. Also es gibt hier Monster, die dann von den Spielern besiegt werden, gemeinschaftlich. Das erinnert mich alles so ein bisschen an MyDeFi Pad. Und dann als Reward gibt es diesen FYN, also die FIN Tokens. Landmarks kann man dann besuchen. Und je nachdem, wie man das dann anstellt, wird man rewarded, wenn Player da einchecken an einer bestimmten Location. Es gibt dann Kampagnen, die stattfinden, auch mit Attractive Rewards. Also es geht sehr viel hier, wie ihr seht, um Rewards und Play to Earn. Also total interessant. Und dann natürlich auch die Verknüpfung mit der echten Welt. Also ihr seht es hier, Travel. Es gibt dann einfach so Merchants und Partners, also die dann bestimmte Sachen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel auch, man geht irgendwo essen, man geht irgendwo einkaufen, man geht reisen oder irgendein Event besuchen. Und dann besteht quasi zwischen Eventveranstalter und Affin, Metaverse, eine Verbindung. Das sind dann Partner, die haben Verträge irgendwo am Laufen. Und man zeigt dann auf seinem Smartphone, was man in seiner Wallet für NFTs hat von Affin. Und dann bekommt man zum Beispiel beim Event einfach kostenlosen Eintritt, beim Dining, Special Benefits oder ein zusätzliches Dessert, wenn dann in Fintokens bezahlt wird. Also dann auch ganz groß immer diese Fintokengeschichte kann dann wahrscheinlich überall bei diesen ganzen Partners kann dann oder bei den Partnern kann dann bezahlt werden mit Fintokens. Und wie gesagt, es ist dieser Closed Economy Loop, den die da kreieren wollen. Also sehr, sehr interessant. Ja und das White Paper ist insgesamt voll mit vielen interessanten Punkten. Es gibt ein Referral-Programm, es gibt Loyalty Tears, also je nachdem wie stark man da dann unterwegs ist, wird man da auch rewarded. Es gibt hier das ganze Fintoken, Revenue Model, könnt ihr euch alles reinziehen, ist sehr, sehr komplex. Wie gesagt, dann hier nochmal alle Revenue Sources insgesamt zusammengefasst. Also es geht auch sehr stark darum, wie Affin zum Beispiel Geld verdient, wahrscheinlich auch um den Investoren das einfach alles darzustellen. Guckt euch das an, es ist sehr umfangreich gemacht. Es gibt sehr, sehr viele interessante Punkte, wie jetzt hier auch Marketing gemacht wird, Promo, Advertising, Security. Wie gesagt, sind alles einfach ein paar Textpassagen, kann man sich durchlesen. Dann auch nochmal, warum man sich für Polygon und die Polygon-Blockchain überhaupt entschieden hat. Genau, also viele, viele weitere Punkte, wie gesagt, alles verlinkt in der Beschreibung unten. Zum Abschluss auch noch, wer es ganz genau wissen möchte, für alle Affiniens, so heißen die im Metaverse-Teilnehmer, der Public Lounge ist um 13 Uhr UTC. Also 13 Uhr UTC. Ihr könnt das alles über Twitter auch checken. Da findet ihr auch alle relevanten Informationen von Affin selbst, Affin Official. Ihr solltet sowieso immer nur über Links gehen, die selbst von den Entwicklern kommen. Es gibt so viele Scams da draußen. Leute, seid immer vorsichtig. Ich verlinke euch die Sachen in der Beschreibung. Die sind von den Original-Webseiten kopiert. Genau, trotzdem immer vorsichtig sein. Always do your own research. So, und diese Information kann ich noch ranhängen, nämlich der Launchpad-Sale, der findet auch noch statt. Der ist noch nicht gelaufen. Das habe ich gerade eben noch herausgefunden und zwar auf infinitypad.io. Also der Infinitypad ist der Launchpad. Da laufen auch einige Sachen. Da gibt es auch verschiedene Levels. Ihr kennt das. Ich habe ein Video ja zu Launchpads schon gedroppt. Da stelle ich viele verschiedene Launchpads vor, hier im Channel zu finden. Und hier im Infinitypad ist es so, dass man den Inf-Token benötigt. Und ihr seht es hier. Earth, Moon, Solar, Galaxy, Infinity sind die einzelnen Levels. Hier braucht ihr überhaupt keine Tokens. Da könnt ihr so gesehen teilnehmen mit Social Tasks. Das ist oft retweeten, auf Facebook teilen oder sonstige Sachen machen. Und 1000 bzw. 100 Leute können dann hier immer teilnehmen, bekommen 5% vom insgesamten Token-Pool, die zwischen diesen 100 Leuten dann aufgeteilt werden. Natürlich muss man die trotzdem kaufen. Die bekommt man ja nicht geschenkt. Also einfach für diesen IDO-Preis bekommt man die dann natürlich. Hier könnt ihr im Moon-Level 10.000 Token staken. Müsst 30 Tage schon gestaked haben, um dann an der Allocation beteiligt zu sein. Und diese Allocation geht über eine Lottery. Also habt ihr auch noch keine Coins sicher, wenn ihr diese 10.000 hier staked in den einzelnen Drops, die eben stattfinden. Sicher ist es erst bei 25 Token. Wir können mal kurz checken, den Infinitypad nochmal ganz kurz die Startseite aufrufen. Und hier ist nämlich der Live-Chart. Den checken wir. Und ich wollte euch einfach zeigen bei 25.000 Infinity, also wo man dann eine garantierte Allocation hat. Ihr seht, es sind 4 BNB. 4 BNB kann man jetzt mal grob mit 400 Euro rechnen. Teilweise 500, 600 Euro, je nachdem, wann man einkauft. Aber ja, also seht ihr, 1600 Euro oder so um den Drehrum sind dann schon möglich, um dann da eine sichere Allocation zu haben. Ist aber eigentlich auch ein günstiger Einstieg für ein Launchpad, wenn ich ehrlich bin. Und ihr seht, was hier alles kommt oder was hier schon gelaufen ist. Galaxy War, Lightyear, Celo oder Celo Launch. Also einiges hier, was jetzt kommt. Meta, Celo, Meta, Celo, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Effin, GameUp, Glitter Finance, Kronos Pad, Outer Ring. Also einiges kommt. Und hier ist eben, wie gesagt, unser Effin. 28. Januar, 21.16 Uhr, UTC ist hier der IDO Launchpad Sale. Und wie wir ja gesehen haben, dann einen Tag später der Public ICO. Und ja, also richtig, richtig nice, interessant. Die beiden Punkte werden dann abgehakt. Ja, dann habt ihr das auch noch gesehen. Alles klar, Leute.